Theresa. Sind Sie sauer auf mich, Theresa? Und Theresa, ich hab's verwechselt. Die Laparotomie Ihres Patientes um 15 Uhr. Wow, Sie sind verdammt schnell, Theresa. Wissen Sie das? Höch jeden Tag. Theresa? Sie hat plötzlich ganz schwer geatmet, sich an die Brust gefasst und ist einfach umgefallen. Theresa? Oh, gut, Dr. Lindner. Kommen Sie, Theresa, jetzt enttäuschen Sie mich, aber ich dachte, Sie sind eine gute Ärztin. Das ist ein freies Land. Theresa, wenn Sie gehen, besuchen Sie doch mal Ihre Mutter und reden mit ihr. Theresa, darf ich Sie mal ganz vorsichtig fragen, warum Sie hier sind? Theresa. Ich bin stolz auf Sie. Ist nicht Ihre Schuld, Theresa. Schmerzempfinden kann sehr unterschiedlich sein, Theresa. Erzählen Sie das meiner Schwangeren, die in den Presswehen liegt. Ja, ich... Ich will's gar nicht wissen. Marc? Mann, Marc, ich hab jetzt wirklich keine Zeit für solche Spielchen. Hör zu. Hier wurden heute Nacht zwei Patienten eingeliefert, die von einem Mann angegriffen wurden. Die Frau meint, sie kann sich an die Mütze erinnern. Und ich... Bitte melde dich doch mal bei mir, ja? Ich bin auf deiner Seite. Bitte. Marc? Hallo. Marc? Du und Lindner. Ein Wort. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Theresa. Kein Bedarf. Theresa, bitte. Ich bin bald wieder am Klinikum. Und ich hatte gehofft, wir können das vorher klären. Bitte. Marc. Du hast gesagt, du vertraust mir. Ich brauche Zeit, Theresa. Gib mir Zeit. Theresa, was machst du? Theresa, haben Sie mich irgendwie auf dem Kieker, oder? Wieso? Nein. Marc. Was? Was erwartest du jetzt schon wieder von mir? Dass ich die letzten 30 Jahre einfach vergesse? In denen ich mich ständig gefragt habe. Wieso? Weshalb? Warum? Ich bin nichts für Sie. Komm on, Theresa. Das glaube ich nicht. Ja. Dann glaubst du es eben nicht. Was? Sie schmücken wie ein Weihnachtsbaum? Hoffnung, Theresa. Hoffnung können wir heute alle gebrauchen. Äh, Theresa. Moment. Das ist doch deins, oder? Theresa, hör zu mir. Ich kann mal. Theresa, ich habe eine offene Sprunggelenksfraktur reinbekommen. OP ist in 30 Minuten in OP 2. Theresa, kann ich besser? Ich muss da noch weg. Marc. Theresa, hast du eine Minute? Was gibt es denn? Danke, Theresa. Theresa. Hm? Ich wollte nur noch mal dein Lächeln sehen. Danke. Ich? Mit Dr. Arendt. Stellt dich irgendwas, Theresa? Es gefällt dir nicht. Darum geht es überhaupt nicht, Marc. Sondern? Aber ich bin noch mal dein Lächeln. Ich bin noch mal conductin. �